. BR 2018 Hallo, Leute. Schaut mal, was ich entdeckt hab. Zwei Ratten, die eine Bude auf Vordermann bringen. Ziemlich cool, oder? . Dass Ratten tolle Haustiere sind, das hab ich mir schon immer gedacht. Aber ob die einem die Wohnung aufräumen, bin ich mir nicht sicher. Das will ich herausfinden. Dazu besuche ich Ramona. Die lebt in einer Wohngemeinschaft, die sich nicht nur mit Menschen teilt, sondern auch mit fünf jungen Farbratten. Bevor ich mich auf den Weg mache, gibt's für euch die Quizfrage. Und zwar, warum knirschen Ratten mit den Zähnen? Ist es Antwort A, weil sie ihre Zähne schärfen müssen? Oder ist es vielleicht Antwort B, weil sie Albträume haben? Die Auflösung gibt's wie immer später. Aber jetzt hab ich erst mal ein paar ganz tolle Infos für euch. Unsere Heimtierratten, die auch Farbratten heißen, stammen von wilden Wanderratten ab. Die leben auch bei uns, an Bächen z.B. Ursprünglich kommen sie aus Ostasien. Von dort sind sie um die ganze Welt gewandert. Sie sind auf Schiffen als blinde Passagiere in alle Regionen der Erde mitgereist und heimlich von Bord gegangen. Während sich bei uns manch einer vor Ratten ekelt, werden sie in anderen Ländern verehrt. In Indien gibt es sogar einen heiligen Rattentempel. Dort leben etwa 20.000 Ratten, die von Besuchern mit mitgebrachten Speisen verwöhnt werden. Und wenn einem eine Ratte über die nackten Füße läuft, soll das Glück bringen. Ich bin hier bei Ramona angekommen und bin gleich mittendrin. Überall sind Ratten, wuseln auf mir herum und erkunden mich. Wer ist denn das hier, Ramona? Das ist Rorschach. Und der ist sehr interessiert an mir? Ja, klar. Der findet alles Neue super. Wir sind schon eine alte Hüte und langweilig. Ihr riecht nicht mehr so interessant. Und hier ist noch jemand. Wer bist du? Das ist unser kleiner Grump hier. Auch ein ganz toller Entdecker. Und du lebst insgesamt mit fünf Farbratten zusammen? Ratten sind ja Rudeltiere. Alleinehalten ist ganz doof für die. Man sollte ja mindestens drei Ratten halten. Mehr ist besser. Ich habe nur Männchen, also fünf Böckchen sind es insgesamt. Böckchen nennt man das? Ja, also heißt eigentlich Rattenbock. Aber weil sie ja so süß sind, sagt man Böckchen. Man muss sich ja dann entscheiden, ob man Weibchen oder Männchen halten will. Zusammenhalten ist nicht gut. Die würden sich sehr schnell vermehren. Ja, dann könnte es schnell Nachwuchs geben, und zwar eine ganze Flut. Schaut mal. Trennt man Männchen und Weibchen nicht, deckt der Bock die Rettin und sie wird trächtig. Nach drei Wochen Tragzeit bringt die Rettin einen Wurf von etwa zehn Welpen auf die Welt. Nach sechs Wochen sind die kleinen Ratten geschlechtsreif und paaren sich untereinander. Nach zwölf Wochen sind so aus zwei Ratten mehr als 100 geworden. Und du teilst dir mit deinen fünf Ratten das komplette Wohnzimmer? Also nicht das komplette Wohnzimmer. Wir haben ja hier extra so einen Auslauf gemacht für die Ratten, damit sie in dem Bereich rumlaufen können. Also da ist dann auch alles sicher sozusagen vor ihnen. Und der Rest gehört dann uns, ja. Für Ratten ist alles in ihrer Umgebung total interessant. Steckdosen, in die man hineinklettern möchte. Fernsehkabel, die man am liebsten anknabbern will. Und was gibt's hier? Einen Topf mit Erde zum Buddeln und eine Pflanze zu zernagen. Und da oben auf dem Sofa? Was Ratten in die Puten bekommen, machen sie kaputt. Einzige Lösung, alles wegräumen. Man sollte sich jetzt also keine Ratten anschaffen, wenn man sie nur im Käfig halten kann. Man muss damit rechnen, dass sie einfach die Fläche zum Laufen auch brauchen, um rauskommen zu können, also täglich. Wenn Ramona von der Uni nach Hause kommt, lässt sie ihre Ratten gleich raus. So haben sie mindestens vier Stunden Auslauf täglich. In den Semesterferien ist Ramona oft den ganzen Tag zu Hause und die Ratten haben Halligalli. Nur die Nacht verbringen sie im Käfig. Für fünf Tiere muss der ganz schön groß sein. Okay, also ein Meter breit, 50 Zentimeter tief und 80 Zentimeter hoch. Deiner ist jetzt viel höher. Ein echter Luxusbau eben. Also ich merke schon, man braucht einen relativ großen Käfig, man braucht einen Auslauf. Da muss man sich vorher schon überlegen, ob man den Platz hat, den die Ratten eben benötigen, um glücklich zu sein. Auf den ersten Blick fällt mir gleich mal auf, dass du sehr, sehr viel Zubehör hast. Was braucht man denn da alles? Also Ratten brauchen auf jeden Fall Häuschen, in die sie sich zurückziehen können. Man muss halt darauf achten, dass man mindestens genauso viele Schlafhäuschen hat, wie man einen Ratten hat. Also auf jeden Fall mal fünf bei unseren. Mehr ist immer gut, da können sie sich dann raussuchen. Was ganz wichtig ist, vielleicht so ein paar Klettermöglichkeiten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel diesen Stamm, so eine Weinrebe, damit sie halt klettern können und auch ein bisschen nagen. Also Holz ist eigentlich immer ganz gut im Käfig. Dann können sie ihre Zähne und ihre Krallen ein bisschen abwetzen. Dann sehe ich hier die Toilette. Können die das von Anfang an automatisch, dass die in die Toilette kacken oder muss man das denen erst beibringen? Also sie machen es schon relativ von selber. Man sollte natürlich darauf achten, dass wenn sie dann irgendwo anders hin kötteln, dann immer einsammeln und in die Toilette, damit sie merken, okay, nur da darf man hinmachen, dann riechen die das. Mindestens einmal pro Woche ist der komplette Rattenkäfig dran. Alles wird ausgeräumt und mit heißem Wasser abgewaschen. Die Zeitungen werden alle zwei Tage ausgewechselt, denn spätestens dann sind sie voll Urin und fangen an zu riechen. Also ich muss ja schon zugeben, man riecht schon ein bisschen, dass die Ratten überall hin pieseln. Das muss man natürlich mögen. Kann man denn einfach ein bisschen mehr putzen, damit der Geruch weggeht? Ähm, nee, das wäre eher kontraproduktiv, was man jetzt vielleicht nicht denken würde, weil die Ratten markieren ihren Käfig natürlich, weil das ihr Zuhause ist. Und wenn man dann immer den Geruch wegwischt, also öfters, dann markieren sie einfach nur noch mehr, weil sie ja wollen, dass der Käfig nach ihnen riecht. Ah, das machen die, um das zu markieren. Das heißt, hat dich auch schon mal eine Ratte angepieselt? Ja, also ich wurde auch schon angepieselt. Da muss man mit rechnen. Da ist man dann sozusagen das höchste Glück des Rattenhalters, ist man ins Rudel aufgenommen worden. Das heißt aber nicht, dass Ratten kleine Schweine sind. Ganz im Gegenteil, sie putzen sich mehrmals täglich. Weil Ratten sehr intelligente Tiere sind, muss man sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um sie zu beschäftigen. Und da hatte die Ramona heute eine ganz lustige Idee. Was machen wir denn mit den Ratten? Ja, ich dachte, jetzt, wo es wieder ein bisschen wärmer wird, mache ich ein abkühlendes Beschäftigungsspiel für sie. Die müssen in der Schüssel mit Wasser praktisch sich ihren Mais dann rausfischen. Grumpy hat gleich verstanden, wie das Spiel funktioniert. Süß, wie sie jetzt hier am Rand sitzen und sich ein Maiskörnchen nach dem anderen rausholen. Und das Futtern. Ratten sind in der Regel nicht wasserscheu. Ihre Vorfahren leben auch gern am Wasser und sind hervorragende Schwimmer. Aber nicht jede Farbratte ist eine Wasserratte. Fütterungszeit! Was kriegen unsere Ratten denn eigentlich zu fressen? Also, Ratten sind ja im Prinzip alles Fresser. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir da irgendwelchen Müll von uns kriegen sollten. Die wollen ja natürlich auch gesund ernährt werden. Also, wir füttern jetzt so eine Körner-Mischung mit so ein bisschen Mehlwürmern, fülltes Eiweiß und getrockneten Gemüse und Früchten. Bis auf die Mehlwürmer würden wir das eigentlich alles auch essen, oder? Ja, es schmeckt auch ganz lecker. Ich habe meine Karotte probiert. Das ist nicht schlecht. Schmeckt gut? Ja, das ist wie so ein Chip. Oh, die ganzen Hand. Mhm. Ist ja getrocknet. Und süß. Aber lecker. Außerdem bekommt Ratten bei Ramona gepresstes Futter. Da ist in einem Pellet alles drin, was sie brauchen. Kriegen sie denn sonst noch was? Sonst kriegen die genau das, was wir eigentlich auch so essen würden, im Salat, Tomaten, Gurken. Sieht aus wie so ein schöner, frischer Salat, den man auch im Restaurant bekommt. Guckt mal. Also, ich stelle den Futter nach vier rein. Und du kannst den in den Auslauf stellen, damit sie überall was zu essen haben. Okay. Also, die fünf Ratten fressen jetzt diese zwei kompletten Schüsseln an einem Tag leer. Ja, man glaubt es nicht, aber die essen die tatsächlich ratzeputze leer. War das denn von Anfang an so, dass man mit denen so kuscheln konnte oder musste man die da erst dran gewöhnen? Also, am Anfang sind die natürlich so ein bisschen scheu, weil klar, sie kennen dich ja nicht und man muss sie da ganz langsam an einen gewöhnen. Also, wir haben den dann auch aus Büchern vorgelesen, so vorm Käfig, damit sie die Stimme halt irgendwann kennt und so. Und er hat immer ab und zu mal angefasst und dann wird das schon. Also, im Normalfall sind sie ja dann so neugierig, dass sie auch mit dir was machen wollen. Gibt's denn auch Ratten, die das überhaupt nicht mögen? Ja, Ratten sind Charaktertiere. Da gibt's immer mal einen, der jetzt da nicht so Lust drauf hat, der lieber in seinem Häuschen im Dunkeln sitzt und der halt nicht so zahm wird. Man sieht ja auch öfter mal so Leute, die mit Ratten in der Stadt unterwegs sind. Was hältst du denn davon? Das ist für Ratten einfach purer Stress. Die sind ja sehr revierbezogen, markieren ja immer schön und da sind so viele neue Gerüche und dann erschrecken sie sich irgendwie und hauen ab. Das würde ich nicht machen. Vor allem können sie auch krank werden, wenn sie mal Zugluft abkriegen. Nee. Was kostet mich denn eigentlich so ein Käfig? Ähm, ja, also wo man jetzt einen guten, artgerechten Käfig sich zulegen will, würde ich jetzt sagen, so zwischen 150 bis 250 Euro, je nachdem, was man halt für ein Modell will. Da gibt's auch Unterschiede. Wenn man vielleicht selbst baut, ist man wahrscheinlich günstiger, aber es gibt ja auch sehr gute gebrauchte Angebote. Wie hoch sind denn die Futterkosten? Ja, also man muss so grob mit allem rechnen, also Trockenfutter und Frischfutter, würde ich jetzt sagen, so zwischen 25 bis 35 Euro im Monat. Ratten werden oft im Tierheim abgegeben. Holt man sich hier ein Tier, bezahlt man ca. 10 Euro für eine Ratte. Die Tiere werden im Durchschnitt 1,5 bis 2 Jahre alt. Also man darf aber natürlich nicht vergessen, diese geringen Anschaffungskosten der Ratte, dass die Ratte natürlich auch krank wird im Alter wahrscheinlich und die Tierarztkosten übersteigen natürlich den Anschaffungspreis. Und deswegen sollte man sich, so wie wir, vielleicht ein bisschen Geld zurücklegen. Also wir haben extra so ein Schweinchen, wo wir dann jeden Monat halt einen gewissen Betrag reinschmeißen. Wir haben jetzt mal 20 Euro gesorgt, dass man halt für das Alter sozusagen vorsorgt. Ich meine, jetzt ist natürlich nicht viel, wo sie noch jung sind, aber man muss halt damit rechnen. Es kommt auf jeden Fall wahrscheinlich was. Und jetzt nochmal alle Infos zu den Ratten. Die gibt's auch im Internet. Wie viel Platz brauchen Ratten? Jede Menge, denn Ratten wollen rennen und brauchen einen rattensicheren Auslauf. Außerdem einen großen Käfig mit mehreren Etagen. Wie pflegt und hält man Ratten? Ratten brauchen Schlafhäuschen, in die sie sich verkrümeln können und Klettermöglichkeiten. Intelligent und neugierig wie sie sind, freuen sie sich über jede Abwechslung. Was fressen Ratten? Ratten sind Allesfresser. Neben einer Mischung aus Getreide, Blüten und Mehlwürmern steht frisches Gemüse täglich auf dem Speiseplan. Kuscheln Ratten gern? Ratten werden in der Regel schnell sehr zutraulich, aber still sitzen und sich streicheln lassen ist nicht unbedingt ihr Ding. Was kosten Ratten? Ratten kosten kaum etwas, Käfige etwas mehr. Man sollte aber Geld für den Tierarzt zurücklegen. Ja, Ramona, ich hätte noch eine rattenscharfe Quizfrage für dich. Ja, dann schieß mal los. Ich bin mal gespannt, ob du sie beantworten kannst. Warum knirschen Ratten mit den Zähnen? A, weil sie ihre Zähne schärfen müssen oder B, weil sie Albträume haben. Also, da würde ich jetzt ganz klar auf A tippen. Genau, sie müssen ihre Zähne irgendwie abnutzen, denn sonst würden, wie bei allen Nagetieren, die Zähne immer weiter wachsen und das wäre ziemlich blöd beim Futtern. Unangenehm. Mhm. In anderen Kulturen soll es übrigens Glück bringen, wenn einem eine Ratte über die nackten Füße läuft. Das probiere ich jetzt gleich mal raus und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus. BR 2018 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 BR 2018